Hallo meine Lieben! Diesmal auf Deutsch, nur eine kurze Ankündigung. Ich wurde zu einem Livestream eingeladen vom Steinemeister auf seinem Kanal am 28. Mai in der Reihe Building Bricks for Happiness und es wird sicher ein großer Spaß. Mit dabei sind auch Apic, Minimal Bricks, der Austrian Lego Fan und die Baumeister. Eine illustre Runde, um euch etwas Ablenkung von der Krise zu präsentieren und ja, ich habe einige Zeit gegrübelt, welches Set könnte ich bauen, das auch irgendwie dazu passt und ja, im Endeffekt die Reihe Building Bricks for Happiness ist ein bisschen wie ein Leuchtfeuer, leitet uns durch die dunkle Krisenzeit mit Spaß und Ablenkung für jeden. Wir können neue Leute kennenlernen, viel neues Zeugs über Klimmbausteine lernen. Und so dachte ich dann, welches Set könnte ich bauen, wie wäre es mit einem Leuchtturm? Ich würde sagen, ja, der passt ganz gut und ja, so wie ein Leuchtturm Schiffe sicher in den Hafen bringt, führt uns auch die großartige Aktion Building Bricks for Happiness durch die Krise und ja, es wird sicher ein großer Spaß. So, schaltet ein, 28. Mai am Kanal Steinemeister. Es wird ein Spaß. Bis dann!